Hallo Liesen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Ich habe nämlich ein bisschen gesammelt und habe hier in Berlin eine Tüte und habe noch eine Tüte von zu Hause mitgebracht von meinen Eltern, wo ich auch ein paar Produkte gesammelt habe, die ich euch jetzt einfach mal zeigen möchte. So, ich fange auch gleich mal an. Als erstes habe ich hier, den habe ich nicht aufgebraucht, aber ich habe die Verpackung für euch, damit ich euch das zeigen kann. Und zwar hatte ich mir bei Rossmann so einen Lufa, ich dachte nur, was heißt Lufa, aber hier steht Lufa mit Doppel-F Massage-Pad gekauft. Also es ist halt so ein ovales Teil, da kann man hinten, hat das so eine Art Schnalle, da kann man so in der Hand rein. Und das ist quasi so ein Peeling-Schwamm. Und zwar hat der einen mittleren Peeling-Effekt und ist zur Nass- und Trocken-Massage geeignet. Ich habe mir den gekauft, weil ich eigentlich ein bisschen genervt bin von Peelings. Ich mag das immer nicht. Ich habe noch zu Hause eins von Soap & Glory. Das versuche ich noch gerade alle zu machen. Das war so ein Riesen-Pott, den habe ich bestimmt schon zwei Jahre. Und was mich halt immer nervt bei Peelings ist, dass dann meine... Ich finde das immer so eklig an den Händen, wenn man sich halt damit abrubbelt. Und ich kann das gar nicht erklären, dieses Gefühl, aber ich finde es einfach total ekelhaft. Deswegen habe ich mir jetzt so einen Peeling-Schwamm geholt, auch weil ich eigentlich keine Lust habe, immer 100.000 extra Produkte zu benutzen. Und da kann ich halt einfach mit einem ganz normalen Duschgel quasi peelen meine Haut. Und das ist halt gerade gut vor der Rasur, also bevor ich mich rasiere, weil ich halt immer zu extremen Rasierpickeln neige und sich meine Haut da immer extrem entzündet. Und wenn ihr halt vorher die Haut peelt, dann gehen halt schon die abgestoppten Hautschüppchen mit runter und quasi die Haare werden schon befreit, sodass das Rasieren danach einfacher ist und sich das auch nicht mehr so oft entzündet. Ja, deswegen habe ich mir den gekauft. Ich glaube, der hatte so 3,49 Euro gekostet. Ich bin noch relativ zufrieden, allerdings tendiere ich dazu, mir doch eher noch einen Massage-Handschuh zu holen, weil das halt mit dieser Schnalle, mit diesem Gummi-Dings ist es irgendwie mal blöd, weil das rutscht halt immer so weg. Ich rutsche da immer so raus mit der Hand beim halt, ja, massieren oder peelen sozusagen. Genau. Was steht hier für den besonderen Wohlfühl-Moment? Die natürlichen Lufferfasern des Schwammkörbes quillt bei Nassanwendung auf, wird weich und geschmeidig und sorgt für eine angenehme Massage. Durch den Massage-Effekt öffnen sich die Poren und Pflegesubstanzen werden von der Haut besser aufgenommen. Genau. Also finde ich ganz gut, aber wie gesagt, ich tendiere vielleicht eher zu einem Handschuh. Ich wollte allerdings was Natürliches und die Handschuhe sind ja meistens, ich glaube, aus Nylon oder sowas. Deswegen hatte ich mir den geholt. Dann habe ich mal wieder leer gemacht, sind von Penny jetzt so Taschentüche aus so einer Taschentücherbox. Die stelle ich immer bei mir auf das Fensterbrett am Bett. Dann hatte ich aufgebrockt, die waren mal in der Love-Beauty-Box von Carina von Hydrophil. Diese Wattestäbchen aus Bambus und Baumwolle. Weil ich muss sagen, die fand ich sehr, sehr gut. Also die sind wasserneutral, vegan und fair. Aber ich fand die sehr, sehr gut, weil die richtig schön fest gebunden waren. Bei diesen günstigen Wattepads von Kaufland oder Penny und solchen Eigenmarken. Selbst bei denen von DM, da trottelt halt diese Watte vorne immer so ab und das nervt total. Und die hier waren halt richtig schön fest gebunden. Da ist nichts abgegangen. Und ja, fand ich sehr, sehr gut. Sind aber glaube ich auch ein bisschen teurer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie mir unbedingt nachkaufen würde. Klar, man kann sie zum Beispiel verbrennen. Die könnte ich zu Hause bei uns in den Ofen schmeißen, weil die nicht aus Plastik sind. Aber ich glaube, für so eine Alltagsprodukte ist mir das ein bisschen zu umständlich, da irgendwie erst online zu bestellen und sowas. Deswegen hole ich wahrscheinlich weiterhin die von Ebelin. So, dann habe ich leer gemacht ein Badeprodukt. Und zwar ist das von Kneipp oder sind das von Kneipp die Badekristalle lastig nicht hängen mit Pfeilchen und Karamell. Das wird schon wieder. Ja, ich fand der Duft klang total lecker, weil ich Pfeilchengeruch total gerne mag und Karamell sowieso. Leider hat man in der Wanne so ziemlich wenig davon wahrgenommen, was aber irgendwie bei diesen Badekristallen immer der Fall ist. Also ich mag eigentlich auch nicht so Badekristalle oder so, wie nennt man das so, Badesalz, weil ich halt lieber Schaum in der Badewanne habe. Aber ja, es klang halt so verlockend vom Duft her, fand ich aber dann ein bisschen enttäuschend, weil es halt nicht ankam. Aber das Wasser war schön lila. So, dann habe ich leer gemacht von Rosens, das Rosenwasser. Das hatte ich euch schon mal in meinem Hautvideo vorgestellt, wo ich halt so Probleme mit meiner Haut hatte. Ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schön, sehr angenehm auf der Haut. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es wirklich jetzt, als ich diese Hautprobleme hatte, ob es was verbessert hat, aber es ist immerhin ein natürliches Produkt und es kann zumindest nichts verschlimmern, denn das ist schon mal positiv. Und es ist auf jeden Fall sehr angenehm auf der Haut. Also ich habe das immer angewendet, halt so, ich habe es meistens entweder mit einem Wattepad oder ich habe es mir direkt auf die Hand gegeben und mein Gesicht damit angefeuchtet und danach gleich ein Gesichtsöl auf die feuchte Haut eingerieben. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich mag den Duft sehr gerne. Das ist jetzt übrigens dieses Gül Suyu Rosenwasser. Es gibt noch verschiedene andere bei Amazon. Es gibt auch welche aus Bulgarien, das kommt aus der Türkei. Und ja, ich werde mir das auf jeden Fall wieder kaufen, weil ich finde, dass das halt eine wirklich schöne, natürliche Alternative zu herkömmlichen Gesichtswassern ist, wo halt wirklich auch nichts anderes drin ist als Rosen und Wasser. Von daher kann ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerade für empfindliche und sensible Haut ist das wirklich sehr, sehr gut. Ja, so, was haben wir ja noch? Dann habe ich Räucherstäbchen aufgebraucht. Das sind die Nack Jumper. Da muss ich mir mal bei Amazon, da habe ich gesehen, dass das, da gibt es halt gleich so ein Zehnerpack oder so, recht günstig. Und da werde ich mir die nachbestellen. Ich finde, also bisher hatte ich die goldenen, die roten und die blauen. Und die blauen fand ich bisher am besten. Die roten mag ich auch ganz gerne. Die goldenen finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Die riechen für mich immer so leicht nach so Schweiß oder so. Keine Ahnung, also die haben für mich so einen komischen Unterton. Aber die blauen sind ganz toll. Ist gar nicht so wenig, was ich oft gebraucht habe, sehe ich gerade. Hier habe ich wieder eine Klinik BB Cream geleert. Das ist allerdings so eine kleine Probengröße. Da hatte ich mir mal mehrere bei Ebay ersteigert, weil halt die große Größe mit 30ml kostet irgendwie 30 Euro. Und für die drei kleinen mit 10ml hatte ich bei Ebay, glaube ich, 11 Euro bezahlt. Deswegen, ja. Ist das so eine kleine 10ml. Ich brauche eigentlich da nichts mehr weiter dazu zu sagen. Ich finde die immer noch ganz toll. Ich habe die übrigens immer in der Farbe Light. Dann habe ich auch eine Mini-Mascara leer gemacht. Oder ja, halbwegs leer. Also es ist schon leer. Es ist halt jetzt so ein bisschen trocken. Man könnte sie noch verwenden, aber mir krümelt das jetzt so sehr. Und zwar ist das von Yves Saint Laurent die Shocking Mascara. Die hatte ich mal bestimmt in irgendeiner Douglas-Box oder so. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Jetzt zum Ende hin, als sie trockener wurde, hat die doch relativ viele Fliegenbeine gemacht und geklummt. Aber am Anfang war die bei meinen Wimpern sehr schön. Ich mag auch dieses Bürstchen. Das ist ein bisschen ausgefallen. Also, weiß ich nicht. Die Brusten sind irgendwie ganz verschieden angeordnet. Aber es sind halt keine Gummibursten, sondern solche aus Plastik oder so. Deswegen fand ich die ganz gut. Haben meine Wimpern sehr schön verlängert und auch Volumen gemacht. Aber wäre mir definitiv zu teuer zum Nachkaufen. Außerdem Yves Saint Laurent ist ja eher so Tierversuche und so. Deswegen werde ich mir die auch nicht nachkaufen. So, dann habe ich hier einen Richels Duschschaum. Der war auch mal in irgendeiner Box. Das war White Lotus und Green Tea. Den Duft finde ich sehr angenehm. Der riecht so ganz, ganz cremig. Ganz cremig und halt so zart und sanft und ein bisschen blumig. Und ja, finde ich ganz schön. Aber den Yogi Flow, den mag ich lieber, weil der halt fruchtiger riecht. Ich finde einfach die Konsistenz von diesen Richels Duschschäumen immer total cool. Weil das ist halt echt so, du machst es auf die Haut und dann verreibst du das. Und es wird so ein weicher, fester Schaum. Also, ich finde, das ist nicht vergleichbar mit diesen Schäumen, die es halt bei Rossmann und so gibt. Weil da ist halt in diesem Schaum immer ganz, ganz viel Luft drin. Also, das sind so richtig große Bläschen. Der fällt auch relativ schnell zusammen. Und das ist halt so ein richtig cremiger, fester Schaum. Und ja, finde ich cool. Aber so an sich sind mir die Duschschäume eigentlich auch zu teuer zum Nachkaufen. Und ja, aber es ist immer mal nett, wenn sowas irgendwo drin ist. So, dann habe ich noch was von Richels leer gemacht. Oh, hier fehlt mir das Dings. Das war, glaube ich, auch mal in der Douglas-Box. Und zwar war das der Good Luck Scrub, also ein Körperpeeling. Fand ich sehr, sehr schön, sehr angenehm. Vor allen Dingen, weil es eben nur aus Zucker bestand. Also aus Zucker und Öl. Die Haut hat sich danach unglaublich gepflegt angefühlt. Also, die natürlichen Öle haben sich halt direkt auf die Haut gelegt. Und das fand ich echt toll. Ja, Inhaltsstoffe sind auch ziemlich gut, wenn ich das mal hier so überblicke. Also keine, also nur natürliche Öle. Und wie gesagt, Zucker, was mir bei Peeling halt auch sehr wichtig ist. Dieses Plastikpeeling, ich hasse das. Also, erstens ist es Umweltverschmutzung. Und zweitens lösen sich halt die Peelingkörner auf der Haut nicht auf und sind dann total kratzig. Und ja, bei dem Zuckerpeeling lösen sich natürlich die Zuckerkörner auf. Aber alles in allem kann man das auch selber machen mit einem hochwertigen, natürlichen Öl und ein bisschen Zucker. Also, da braucht man nicht so ein teures Produkt kaufen. Da gebt ihr noch ein, zwei Tropfen von einem natürlichen Duftöl mit dazu. Dann habt ihr ein richtig tolles Peeling. Und ja, wie gesagt, ich habe mir den Peelinghandschuh gekauft, weil ich keine Lust habe, immer 100 Millionen Produkte zu haben. So, dann habe ich eine Handcreme leer gemacht. Die war von Fix & Rouge. Ich glaube, die war mal irgendwann in der Clossy Box. Und zwar Vanilla Pistachio, also Vanilla Pistazia. Ich fand die Konsistenz total seltsam. Also so eine Handcreme mit so einer komischen Konsistenz hatte ich bisher noch nie. Man hat die auf die Haut gemacht und dann hat sich das angefühlt wie Wasser. Also, voll komisch. Und man hatte irgendwie auch immer das Gefühl, dass sie überhaupt nicht pflegt, also weil die sich so total unreichhaltig angefühlt hat. Dadurch, dass das halt so wässrig war. Ich weiß nicht, das war echt seltsam. Falls ihr die auch mal in der Box hattet und benutzt habt, dann schreibt mir mal, ob ihr das auch so empfunden habt. Der Duft war allerdings ganz toll. Also, den fand ich gut so. Die Mischung aus Pistazie und Vanilla. So, das habe ich noch nicht leer gemacht. Aber ich habe hier die Umverpackung. Und zwar hatte ich mir letztens mal gekauft Oropax Classic. Das sind die aus Wachs. Da ist noch so Baumwolle außenrum. Die muss man abmachen, weil es hier in Berlin immer so laut ist. Also, ich höre hier alles. Wenn mein Mitbewohner nebenan, wenn das Handy vibriert, das klingt, als liegt es auf meinem Schreibtisch. Dann über mir ist es so ein übelst trampelndes Kind, wirklich, wenn das trampelt. Das war heute früh wieder, heute ist Sonntag. Und Sonntag früh, oh, da kriege ich eine Macke. Das trampelt so laut, dass hier wirklich meine Regale vibrieren. Und dass ich das Gefühl habe, die ganze Decke bricht gleich ein. Und ja, deswegen habe ich mir diese Oropax mal geholt. Das Blöde an denen ist halt, dass man die nicht wiederverwenden kann. Zumindest glaube ich das aus hygienischen Gründen nicht. Weil das ist halt wirklich Wachs, was man weichknetet und sich dann so in die Ohrmuschel steckt. Zum Dämpfen quasi. Und ich glaube halt nicht, dass man das nochmal benutzen kann, weil das ist auch irgendwie schlecht abzuwaschen. Das ist halt das Blöde. Es gibt von Oropax auch solche aus so Schaumstoff. Aber die haben bei mir nie richtig gut gehalten. Die waren auf jeden Fall okay. Ja. So, was habe ich hier? Ach, hier habe ich von Pretty NYC. War glaube ich mal mit dem Pretty NYC-Lack in der Love Beauty Box. Das war so ein Nagellack-Entfernungstuch auf Sojaöl-Basis. War okay, aber ich finde diesen Geruch ober, ober ekelhaft. Das ist halt so eklig gerochen. Würde ich mir nie im Leben nachkaufen. Dann habe ich von Kneipp auch noch so ein Pröbchen leer gemacht. Und zwar ist das die 24-Stunden-Gesichtscreme. Glättende Intensivpflege. Fand ich auf jeden Fall gut. War sehr reichhaltig. Und mal wieder leer gemacht von Model Co. Das More Brows Augenbrauen-Gel. Finde ich immer noch ganz toll. Und es ist immer eine Qual, das irgendwo nachzukaufen, weil es das irgendwie nirgendwo gibt. Also da muss man immer Glück haben bei Kleiderkreisen oder Ebay. Oder sich eben mit dem Tube von Essence begnügen. Dann habe ich hier von Ayiko. Ayiko war glaube ich auch mal in der Douglas oder Glossy Box. Ein Liquid Eyeliner. Ja, wie ihr seht, bin ich heute mal wieder ein bisschen mehr geschminkt. Obwohl ich ja letztens erst im Video gesagt habe, dass ich keine Lust mehr habe. Aber heute ist halt Sonntag. Und ich dachte mir, ach komm, schminkst du dich mal. Weil es gibt halt auch noch einige Produkte, die ich endlich mal leer machen will. Unter anderem so ein paar Foundations und so. Und deswegen dachte ich mir, na komm, Haussäule mache ich auf den Putz. Und da habe ich halt den Eyeliner verwendet. Allerdings ist es total nervig. Das ist halt so ein Filz. So eine Filzmine hat der. Und die Mine, also die Spitze, die malt halt nicht. Man muss den immer quer auflegen, richtig aufdrücken, damit was rauskommt. Aber wenn man irgendwie feine Linien machen will, dann kommt hier nichts. Und das ist total ätzend. Deswegen kommt der jetzt weg. Ja, fand ich aber mal, am Anfang fand ich den ganz gut. Aber wahrscheinlich steht der jetzt auch schon so lange so, dass die Spitze halt ein bisschen trocken geworden ist. So, das habe ich mal zugeschickt bekommen. Das war ein Mango-Shampoo von Phytodesk. Wollte ich eigentlich mal eine Review drüber machen. Aber da ich nicht weiß, wo man diese Marke kaufen kann, und dann irgendwo was dazu gefunden habe, habe ich es nicht gemacht. Weil das ist ja für euch sinnlos, wenn ich euch da was vorerzähle von irgendeinem Produkt, was es dann nirgendwo gibt. Von daher, ja, kurze Einschätzung jetzt dazu. War okay, hat mich aber nicht vom Hocker gerissen. Der Duft ist sehr, sehr intensiv. Also es war mir eigentlich fast schon so extrem. Riecht süß, fruchtig und irgendwie auch zimtig. Ich glaube, hier ist Cinnamal oder sowas mit drin. Also Zimt auf jeden Fall. Und es hat halt, es sind keine Silikone drin, aber es hat eine echt lange Liste von Inhaltsstoffen. Also hier dieses ganze Ding. Und ja, keine Ahnung, es war jetzt nicht so bombastisch, muss ich sagen. Aber es war ganz okay. Oh, dann habe ich ja nochmal, nochmal? Wieso habe ich die denn nochmal? Ach nee, das ist gar nicht Yves Saint Laurent. Das ist von Helena Rubinstein. Lech Queen Feline Blacks Mascara. Die fand ich auch ganz gut. Hat eigentlich, eigentlich sieht das Blösschen ziemlich ähnlich aus, wie das von Yves Saint Laurent. Ja, hat mir auch gut gefallen, aber wäre mir ebenfalls zu teuer. Und ja, würde ich nicht nachkochen. Aber ich finde so eine Mini-Mascara ist immer ganz cool, so für unterwegs und um mal was auszutesten. Ich hoffe, meine Softbox spiegelt nicht so sehr. Meine Brille sieht auch aus. Ich kann euch kaum erkennen. Beziehungsweise kann ich mich kaum erkennen, weil die Brille so schmutzig ist. So, noch eine Mini-Mascara und zwar eine von Clinique. Das ist die High Impact Mascara. Die finde ich ziemlich gut. Die hatte ich schon öfter mal, dieses Pröbchen. Hier ist das Blösschen ganz schön eingematscht. Benutze ich eigentlich immer wieder ganz gerne, wenn ich die mal irgendwie da irgendwo dabei habe. Klar, Clinique ist jetzt auch nicht so die Supermarke, was Tierversuche und so angeht. Aber ja, ist ein ganz nettes Produkt und kann man immer mal benutzen, wenn es gerade irgendwo mal in der Box war oder sonst wo. Dann habe ich hier von Love Me Cream, die Marke mag ich ganz gerne, ein Peeling leer gemacht. Das war ein Gesichtspeeling. Energizing Face Peeling war das. Genau. Gesichtspeeling mit organischem Orangenöl und Argan-Samenpuder. Die beruhigende und revitalisierende Wirkung von Bio-Arganöl unterstützt die Zellerneuerung der Haut. Fand ich okay. Das war allerdings mehr wie so ein Gel, wo so kleine Peeling-Partikel drin waren. Also von mir aus hätte da ein bisschen mehr Peeling drin sein können. Es war aber sehr, sehr, sehr ergiebig. Also ich habe echt ewig gebraucht, bis ich diese 30ml Tube aufgebraucht habe. Ja, also war okay. Gesicht hat nicht gespannt. War ein schönes Produkt. Und ja, wenn ihr ein Peeling sucht, könnt ihr euch das ja mal angucken. Ist eco-zertifiziert, also Organic Bio. Und ja, finde ich ganz gut. So, dann kommt jetzt weg meine Kaufmanns-Kinder-Creme-Dose. Hier ist zwar noch ein bisschen was drin, aber das ist jetzt mittlerweile auch schon leicht keimig. Also ich weiß nicht, die habe ich jetzt auch schon so lange offen. Und ja, für die Lippen benutze ich die ja sowieso nicht mehr, weil halt der Hauptbestandteil Petrolatum ist, also Vaseline. Und Vaseline besteht ja aus Erdöl. Deswegen, ja, benutze ich die nicht mehr. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Eigentlich nichts weiter. Ich fand die früher ganz okay, aber man merkt es halt dadurch, man muss die halt immer wieder auftragen und nachcremen. Und auch wenn ich die über Nacht drauf gemacht habe, bin ich morgens mit trockenen Lippen wieder aufgewacht, weil halt die Wirkstoffe nicht einziehen. Von daher, ja, kann man vielleicht für irgendwas benutzen, wo halt, weiß ich nicht, so bei Entzündungen, ich weiß nicht so genau, ob das, wobei, wenn so, das ist ja auch für Babys, wenn man das so auf einen entzündeten Babypopo macht, wobei zum Trockenhalten nimmt man ja eher Penatencreme, weil die halt Hautstellen trocken hält. Da ist die, glaube ich, auch nicht so gut geeignet. Keine Ahnung. Also ich fand die früher immer ganz gut, aber dadurch, dass ich halt mittlerweile auf Inhaltsstoffe achte, würde ich die jetzt nicht mehr unbedingt weiterempfehlen. So, was haben wir hier noch? Dann habe ich leer gemacht, einen Badeschaum von TT-Sept. Schaumwelten, und zwar war das Traumstunde mit Acai-Bären und Brombeerduft. Fand ich okay, aber nicht überragend. Und ich muss sagen, also ich war ja immer ein sehr großer TT-Sept-Anhänger so früher, aber wenn man sich mal die Inhaltsstoffe so durchliest, sind die auch nicht so bombastisch. Hier sind auch PEGs drin, Sodium-Lauretsulfate gleich an zweiter Stelle. Und wenn man sich überlegt, dass man, also ich zumindest, ich liege schon mal gern an ein bis zwei Stunden in der Wanne, wenn du da die ganze Zeit deine Haut in Sodium-Lauretsulfaten halt Salbatos quasi, ist das nicht so besonders gesund für die Haut. Und ja, Copolymer und ja, ich weiß nicht, dann greife ich doch lieber zu Kneipp, was halt noch ein bisschen natürlicher ist. Ach, hier habe ich übrigens noch von Phytodesk die passende Kur- bzw. Maske. Das war eine Shea-Maske für trockene und gefärbte Haare. Leer gemacht, hatte den gleichen Duft, auch so süßlich, bisschen fruchtig und zimtig. Fand ich ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo man das nachkaufen kann. So, dann zwei Produkte, die ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mag. Dazu wollte ich eigentlich mal noch eine Extra-Review machen. Und zwar von Sean und Len. Kennt ihr vielleicht, haben einige bestimmt schon vorgestellt. Ich bin ein sehr großer Anhänger von dieser Firma, gerade was halt die Haarprodukte angeht. Und zwar ist das einmal das Shampoo für trockene Haar und der Conditioner für trockene Haar, für trockenes Haar, ohne Gedöns, Paraben-frei, Silikon-frei und vegan. Es sind gute Inhaltsstoffe drin. Warte mal, das war jetzt der Conditioner genau. Und zwar sind hier nämlich Koko-Kloside und Sodium-Koko-Sulfate drin, also auch keine Sodium-Loreth-Sulfate, das heißt eine milde Waschsubstanz, die die Kopfhaut nicht so krass angreift. Und ja, finde ich von den Inhaltsstoffen wirklich ganz gut, muss ich sagen. Mir gefällt auch die Philosophie von Sean und Len. Dein Haar will die extra Portion Feuchtigkeit ohne Gedöns. Ohne Paraben, Silikone, künstliche Duftstoffe. Wir brauchen kein Gedöns, denn was deine Haut berührt, wird ein Teil von dir. Ja, es gibt noch ganz viele andere Produkte, die haben auch einen Online-Shop. Sean und Len gibt es bei Rossmann. Ich weiß nicht, ob es die mittlerweile auch bei dm gibt. Ich habe es immer bei Rossmann gekauft. Eine Flasche kostet so um die 5 Euro. Die haben auch so Badeschaum und Durchgele und so. Ich verlinke euch mal die Seite, wenn ich dran denke. Ansonsten googelt einfach mal. Da kommt ihr auch auf die Seite. Ja, finde ich aber auf jeden Fall gut. Mir gefällt auch der Duft. Der ist neutral, aber angenehm irgendwie. Ein bisschen süßlich. Und ein bisschen, also Shampoo ist eher ein bisschen fruchtig süßig. Der Conditioner eher so ein bisschen cremig süßlich. Meine Freundin, meine Veganerin-Freundin meinte, sie erinnert das total an Soja-Latte-Macchiato. Kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Ich finde nicht, dass es nach Latte-Macchiato riecht, aber es riecht eigentlich ganz lecker. Ja, also finde ich auf jeden Fall toll. Ich benutze eigentlich zur Zeit nur entweder Sean und Len oder Organikum für die Haare. Ja. So, was haben wir noch? Ach, hier habe ich nochmal so ein Gesichtspeeling-Pad von For Your Beauty in Gebrauch. Das sind diese Gummipads mit so kleinen Lippen. Die kann man auch zur Gesichtsmassage benutzen. Finde ich auch ganz cool. Kann man auch zum Pinsel reinigen nehmen. Dann habe ich leer gemacht, das fand ich ganz toll, von Dabba hieß die Marke. Das war auch mal in der Love Beauty Box. Und zwar war das das White Raspberry Leaf Water. Naturkosmetik und Bio. Also ein Gesichtswasser aus Wild-Himbeerblättern. Und hier war auch nichts anderes mit drinne, meine ich. Wartet mal, stehen hier die Inhaltsstoffe? Genau, das war einfach nur quasi das Wasser, also Himbeerblätter, Wasser und Filtrate. Wurzeln. Also die Wurzeln filtriert. Oh Gott, ich kann nicht reden. Fand ich auch sehr hochwertig. In der Glasflasche mit Pumpsprüher fand ich total angenehm. Das hatte ich im Sommer benutzt, als ich im Urlaub an der Ostsee war. Da hatte ich nämlich einen mega fetten Sonnenbrand gehabt. Und es tat einfach so gut, das dann aufs Gesicht zu sprühen und auf den Rücken und so. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich mochte das ganz gerne und würde das auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ist aber, glaube ich, teuer. Es kostet 12 Euro, meine ich. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. So, dann habe ich hier von Essence die Multi-Action Blackest Black Mascara. Die mögen ja sehr, sehr viele Leute. Ich fand sie okay, aber das Problem, was ich bei Essence Mascaras eigentlich immer habe, ist, dass die krümeln. Nach drei, vier Stunden fangen die immer an zu krümeln. Und ich sehe das auch mal an meiner Nichte. Die ist 12 und die benutzt, glaube ich, auch immer Essence. Und immer, wenn die dann mal bei uns ist, sieht man das immer, weil sie hat dann immer Panda-Augen. Weil immer Essence Mascaras anfangen zu bröckeln. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Aber es krümelt halt. Und das finde ich echt doof, weil ansonsten macht die eigentlich ganz schöne Wimpern. Also sie gibt Volumen und Länge. Aber das mit dem Krümeln ist echt ein bisschen nervig. Dann habe ich noch einen Badezusatz leer gemacht. Auch von Tetecep. Das war das Meersalz-Erkältungszeit-Bad. Meersalz-Erkältungszeit-Bad? Ja. Also Badekristalle. Mit Eukalyptus, Rosmarinöl und Kampfer. Hier sind die Inhaltsstoffe eigentlich auch ganz gut. Bis halt auf Farbstoffe. Aber hier sind wirklich drin Meersalz, Kampfer, Rosmarinöl, Eukalyptusöl, Zimtöl. Ja, Polysorbate, Parfüm, Wasser, Limone und halt zwei Farbstoffe. Aber Inhaltsstoffe sind hier eigentlich gut. Und ich muss sagen, das Roch riecht halt sehr nach Gesundbart, aber sehr, sehr angenehm. Ich mag diesen Gesundbart-Duft. Also bei uns hieß das immer Gesundbart. Früher, wenn ich krank war, hieß es immer so, du gehst jetzt in die Wanne und machst ein Gesundbart. Und danach wurde man so in sein Bademantel eingekuschelt und dann wurde man ins Bett gesteckt nach dem Gesundbart. Genau. Und das erinnert mich immer so ein bisschen auch an meine Kindheit. Aber das fand ich sehr, sehr gut. War sehr angenehm. Gut für die Atemwege. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Hier habe ich noch zwei was. Einmal von Luvos. Eine Maske. Könnt ihr sehen, so. Das war die Repair-Maske. Mit Heilerde, Buchenknospenextrakt, Reiskalmöl, Sandonextrakt und Chamäliensamenöl. Ähm, genau. Regenerierende Kräfte. Rötungen werden reduziert und bla bla bla. Fand ich sehr angenehm. Lupus ist auch Naturkosmetik. Von daher kann ich die Masken eigentlich immer weiterempfehlen. Die brennen nicht auf der Haut. Die sind sehr, sehr schön. Das Hautgefühl danach ist gut. Ja. Finde ich eigentlich immer ganz, ganz nett. So zur Abwechslung. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr maskenfaul. Ich mag auch lieber Peel-Off-Masken, weil man dann halt so ein Reinheitsgefühl auf dem Gesicht hat. Bei diesen Creme-Masken fühlt sich dann die Haut immer so klitschig an und das mag ich nicht. So und dann habe ich hier noch leer gemacht. Propolis-Kapseln. Die benutze ich immer oder die nehme ich immer, wenn ich merke, dass irgendwas im Anflug ist. Also ich kriege ja ganz oft so Gehörgangentzündung oder keine Ahnung, irgendwelchen Schwachsinn. Und da stopfe ich und schmeiße ich mir dann immer Propolis-Kapseln ein. Ja, ich glaube das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.